Servus Saison Ich habe sie mitgekriegt in unserem letzten Video über das Nano Wir haben über die zwei schwarzen Klaunfische geredet und das die von einem Züchter kommen Und heute schauen wir wo unsere Fische herkommen und dann nehmen wir euch mit Mein Name ist Tobi, seit vielen Jahren begeisterter Terriana, Aquaraner und Hundebesitzer Heute Produkttester und immer auf der Suche nach den neuesten Ideen Durch meine Videos könnt ihr mit mir die Produkte testen und entdecken sowie aus meinen Erfahrungen, Tipps und Fehlern lernen Begleitet mich und meine Tiere durch die spannende Tierwelt Wir sind jetzt in Augsburg angekommen beim Stefan Erstmal danke, dass wir vorbeischauen durften und die dazu befragen Gern geschehen, ich freue mich auch, dass ihr da seid Eher gesagt, ich stelle jetzt mal ein paar Fragen, was die Zuschauer uns so interessieren und natürlich alles was du weißt so an spezielle Sachen einfach reinschmeißen Als erstes mal würde mich interessieren, wie lange machst du das schon? Aquaristik Aquaristik eigentlich, ja eigentlich schon immer Und das war dann so 2009, 2010, dann komplett mit Meerwasser angefangen Okay, und was für Gedanken haben wir da angeregt, dass du sagst, okay, ich fang jetzt an, die Klauenfische zu züchten Ich hatte damals die ersten Klauenfische und die hatten regelmäßig Gelege Und dann habe ich halt da ein bisschen nachgelesen Dann zu extrem das Wasser von den Phosphatwerte Und dann vielleicht hat er mal früher umgesetzt, dann haben die so einen Sekundentod Okay Und da sind auch viele immer gestorben dabei Und jetzt mittlerweile habe ich es echt gut im Griff Also kann man schon sagen, es ist schon eigentlich schwerer, die Fische richtig zu züchten So dass auch so mehrere übrig bleiben Oder muss man da auf irgendwas Spezielles aufpassen Oder kann man da einfach ein Männchen und ein Weibchen zusammentun und irgendwann passiert es? Im Endeffekt kann man die von klein auf schon zusammentun Also wenn ich jetzt Fische abgib, dann schaue ich schon immer, dass sie einen großen und einen kleinen abgibt Weil dann hast du dann schon die Möglichkeit eher, dass da dann ein Pärchen daraus entsteht Weil das dominante Männchen würde dann zum Weibchen Und dann geht das eigentlich dann Dann geht das automatisch Eigentlich so den Lauf des Lebens funktioniert das, okay Wie viele Babys kriegt so ein Fisch? Ich glaube das müssten so normalerweise um die 200 sein Um die 200? Aber ich schaue halt, was ich rauskriege Nein, wenn sie halt 50 sind, ist auch schon viel Vor allem, man muss halt auch den Platz haben Ja klar, weil 200 Babys, das ist schon... Also bei 20, 30, wenn durchkommen, ist auch gut Okay Sehr interessant Weil ich das jetzt gerade so sehe, muss ich schon umschweifen Die schwimmen da so in der Anemone rum Ist das wirklich zwingend notwendig, dass die eine Anemone brauchen oder haben? Nein, es gibt viele, die haben Euphylias, wo sie reingehen Ich selber mag halt gern die Anemone, bis jetzt hat es auch immer gut funktioniert Deswegen... Wie jetzt bei uns, wir haben in unserem großen Päckchen O2 drinnen Und wir haben Euphylias drinnen Aber die machen nie den Anschein dran Irgendwie, dass sie da rein wollen oder überhaupt sich dafür interessieren Ja, das sind wahrscheinlich die zwei jetzt Wo die Anemone schon gewohnt sind Okay Und die meisten Klauefische sind ja dann, wenn die aus der großen Zucht kommen, kennen die erst das nicht Das ist ein nackertes Becken Und deswegen geht ihnen das auch gar nicht ab? Nein, das kann dann ein Jahr dauern, bis sie da mal reingehen Okay, aber man kann ja schon sagen, sie können auch ohne die Anemone überleben Ja Sie suchen sie halt einen Ersatz Genau, irgendeinen Ersatz, wo sie sich verstecken können und wohlfühlen Okay Dann, was mich noch interessieren würde Man liest ja im Internet ziemlich viel Dass die Fische wirklich jeden Tag Futter brauchen, stimmt das? Also bei mir werden sie jeden Tag gefüttert Aber wenn man jetzt sagt, man füttert sie mal einen Tag nicht, ist das dann gefährlich für sie oder überleben sie das genauso? Normal schon Also in der Aufzucht, also die ersten Wochen kriegen die jeden Tag auch frische Arthemia Genau, das ist auch wieder so ein Thema Fütterst du lebend oder Froschfutter? Also die ersten, ja die ersten zwei Monate sind es rein lebendfutter Wird Arthemia angesetzt und dann wird halt dann langsam auf Flockenfutter umgestellt Und mittlerweile die hier kriegen nur noch Flockenfutter Okay, also funktioniert es mit Flockenfutter genauso? Das ist schon mal gut, bei mir wechseln es immer ab, also ich tue zwischen Froschfutter, Flockenfutter und Lebendfutter immer ein bisschen durchmischen, dass sie alles abkriegen bei unseren Wenn wir jetzt zum Beispiel von einem 100 Liter Becken ausgehen, wie viele Clownfischer darf man da reinsetzen? Also ich würde nur zwei reinsetzen, auch nicht mehr Okay, und kann man da sagen, ab einer gewissen Größe kann man mehrere reinsetzen oder ist das immer besser wirklich nur ein paar reinzusetzen? Ich denke mal die meisten Becken, was ja jeder so hat, nur ein paar Weil, wenn es halt drei Stück sind, ist dann quasi wie das fünfte Rad am Wagen, wird dann abgestoßen Also ich hatte selber schon die Erfahrung damit gemacht, habe auch gemeint am Anfang, ich muss mehr rein tun Ist halt dann nicht gut gegangen, und am Schluss waren es halt dann doch nur noch zwei Und ich empfehle auch vielen, also wenn dann welche sagen, sie haben schon welche, sage ich auch wirklich dann, ne lasst es Jetzt bei den zwei Weil jetzt müssen immer welche darunter leiden sozusagen, okay Und kann man sagen, dass man ab einer gewissen Größe zwei reinsetzen darf, oder Weil man hört ja viel, dass für ihr sie zum Beispiel ein 80 Liter oder 60 Liter Becken langt, weil sie ja wirklich nur in ihrem kleinen Bereich sind Ja, du siehst jetzt ja hier, die zwei, das sind jetzt, ja, was für das sind, 40 Liter Und die sind eigentlich nur in der Anemone Okay, ja man sieht es ja da nebenan, die sind wirklich nur immer um die Anemone rum und fühlen sich da eigentlich auch wohl Also kann man sagen, natürlich immer mehr ist besser, aber es würde ab, sagen wir mal, 80 Liter genauso funktionieren Auch drüben jetzt im großen Becken, da sind die auch nur in der Anemone, ab und zu kommen sie vielleicht mal raus, wenn es Futter gibt Aber so den ganzen Tag eigentlich nur, wirklich der kleine Bereich von der Anemone Okay, wo sie sich halt wohlfühlen Dann habe ich noch eine Frage, und zwar, Thema Aggressionen nehmers Wie ist es wirklich, stimmt es, dass die wirklich eigentlich eine von den aggressivten Fischen sind, gegenüber einem Menschen zum Beispiel Also aggressiv ist da eigentlich eher das Weibchen Okay Sobald halt die Lege da ist, und dann kommt der Anemone zu nahe, also ich merke es auch, wenn ich was im Becken mache, dann kommt eigentlich nur das Weibchen Okay, ja das ist eben interessant, weil wir haben ja eigentlich zwei Clownfische, zwei im Kleinen und zwei im Großen Und im großen Becken ist genau eben das Weibchen, das anfängt meinen Finger zu attackieren, wenn ich irgendwas im Becken mache Das ist normal Okay, das ist normal, aber bei deinen zwei ist es nicht so Die sind viel zutraulicher und nicht so aggressiv gegenüber uns jetzt Ja, vielleicht kommt es nur, weil sie es von daher ja gewohnt sind Dass du viel im Becken bist und arbeitest dran Mhm, okay Aber vielleicht kommt es nur, weil Vielleicht ist da genau bei denen zwei noch nicht das Weibchen da, es sind noch zwei Männchen Mhm Und sobald halt die dann Wissen, wer was ist, dann machen sie aus, wer der aggressiv ist sozusagen Wie gesagt, das dominante Männchen wird zum Weibchen Ja, okay Dann Vergesellschaftung Kann man mit einem Nemo, egal was der Fische zusammenhalten, oder gibt es da Fische, wo man sagt, okay, man sollte da lieber Abstand davon halten, wenn man sich vergesellschaften möchte So gibt es da keine Probleme, außer es sind halt andere Arten von Klauenfische Okay, also sonst kannst du eigentlich so ziemlich jeden Fisch mit denen zusammenhalten Mhm, ich habe selber schon mal versucht gehabt, mit dem Brennaß Das ging gar nicht gut Das sind auch schöne Klauenfische, aber man muss die dann wieder leider raus tun Weil es nicht funktioniert hat Dann, reden wir mal von Ansprüchen im Becken Wir haben ja gerade vorhin schon drüber geredet, wegen der Anemone Das heißt, dann hat wirklich der Fisch nur einen Anspruch, er hätte gerne seine Anemone, damit er eben sich seine Wohlfühltone aufbauen kann Oder kann man sagen, der braucht dann noch mehr im Becken Also ich konnte jetzt noch nicht mehr beobachten, dass die jetzt irgendwie mehr bräuchten Also, es ist echt gut, wenn die Anemone haben Also ich kann es nur mal empfehlen Viele nehmen sie halt nicht, weil sie halt Angst haben, dass sie wandert Genau, eben, das war das nächste Thema, wo wir dann drüber reden wollten Weil eben, die Anemone, sagen sie alle, das ist so schwierig, sie zu halten eigentlich Weil sie ja nicht ihren perfekten Platz finden und auch zeigen kann, dass sie dann in die Strömungspumpe reingeht Und dann wissen wir ja, was passiert, dann wird das Becken wahrscheinlich gleich einmal dem Erdboden gleichgemacht sein Kann man irgendwie sagen, dass man die Anemone einen perfekten Platz für sie gibt, dass man irgendwas vorschlagen kann, oder? Ja, also bei mir hat es ganz gut funktioniert, im Großen Da sitzt die schon seit sieben Jahren am gleichen Platz Auch wenn sie sich teilt Die bleibt da Man tut halt die eine Hälfte dann wieder raus und die andere bleibt genau da Kannst du da irgendeinen Trick dazu sagen, wie man sie am besten da, dass man sagt, okay, da bleib jetzt Wichtig ist, dass der Fuß nicht direkt beströmt wird, dass sie sich schützen kann So wie ich das damals den Stein aufgebaut habe, kann ich sie gut da drin verstecken mit dem Fuß Was ich jetzt auch schon gelesen habe, viele klemmen sie einfach ein unten, dass sie gar nicht gleich weg kann Ist das dann wahrscheinlich genau das Gegenteil, also schlecht für die Anemone schätze ich mal, oder? Ein klemmen, die sucht sie dann ihren Platz Okay Die zieht sie halt dann zusammen und fangt dann zu wandern Das heißt, es ist wirklich besser ihr einen Stein geben am Boden, wo es ruhig ist am Anfang Und sie da, dass sie da anwachsen kann Es gibt auch viele, die dann Tontöpfe verwenden Und die dann da reinsetzen, weil da ist der Fuß auch geschützt Was wir schon gesehen haben, ist viele, die nehmen das halbe Glas, das was so offen ist, wo man die Scheibe machen kann Das würde dann theoretisch auch funktionieren, oder? Das wäre schon mal sehr groß Ich glaube, da lassen wir uns etwas einfallen Jetzt habe ich ja neulich erst ein Bild gesehen, da hat einer ein Babyglut reingesetzt Und in den Kopf ist die Anemone drinnen Das ist auch etwas Interessantes So als Deko und Was man noch fragen könnte, wäre zum Beispiel, es gibt ja auch in verschiedenen Zoo Geschäften So Fake-Anemonen aus Plastik Könnte man sowas auch verwenden, oder? Nehmen sie sowas halt an? Also ich habe mir das auch schon überlegt, so für die erste Zeit zur Aufzucht Dass sie einfach Versteck haben Ich müsste jetzt auch mal ausprobieren, also da habe ich noch keine Erfahrung damit Also geplant ist es schon länger, dass ich mal sowas ausprobiere Wäre interessant, also da musst du uns auf jeden Fall Bescheid geben, dass wir wissen, ob sowas funktionieren würde oder nicht Wenn wir schon bei den Anemonen jetzt sind, es gibt ja sicher auch extrem viele verschiedene Arten von Anemonen Kann man da sagen, sind welche gut für die Fische und es sind welche schlecht für die Fische Oder kann man sagen, egal welche Anemone, gefällt ihnen? Nein, also es gibt Anemonen, da gehen die überhaupt nicht rein Okay Und dann gibt es Anemonen, die sehr viel wandern, die werden dann auch wieder nichts fürs Becken Sind zwar schöne Tiere, aber wandern halt nur, wäre halt für ein Artenbecken was Schönes Aber wenn man Korallen drinnen hat, ist es nichts Okay Ich speziell jetzt, habe jetzt zum Beispiel jetzt bei den kleinen ja die Mini-Anemonen drinnen Die sind recht pflegeleicht, Nesseln nicht so Ja, schon wichtig oft, weil die Nesseln ja doch recht gern Das heißt, was hättest du für eine Empfehlung, was sollte man sich jetzt in so ein Becken reinsetzen, wo du sagst, das könnte auf jeden Fall besser sein Ja, die Quadricolor ist so eine der schönen, oder dann die Sunburst Das sind jetzt eigentlich die zwei Großen, wo wirklich da bleiben, wo sie sind Dann bei den kleinen habe ich jetzt die Krassa drinnen, ist auch was Gutes für Anfänger, weil sie nicht zu groß werden Okay, das heißt, die bleiben so in die Größe Die bleiben dann auch schöne Blasen, die Spitzen sind dann lila Okay, das ist ja interessant, ja Ich glaube, wir sollten jetzt für unsere Anfänger-Zuschauer nochmal überhaupt erläutern, warum die Klauenfische in Anemone gehen Die brauchen das Nesselgift Zum Säubern Und es ist wahrscheinlich auch ein Schutz vor Feinden sozusagen dann Okay Wir sehen jetzt da schon verschiedene Größen Wie groß kann so ein Nemo werden? Also hier oben seht ihr jetzt das Weibchen Das ist so die größte Größe für ein Ocellaris Okay Und du verkaufst die ca. in der Größe, schätze ich mal Ah ja, das müssen wir auch noch zusammen machen, ein bisschen Werbung für dich natürlich auch Falls ihr natürlich Interesse an so einem Fisch habt, könnt ihr natürlich schreiben, wir verlinken ihn unten Und der hilft euch sicher bei jeder Frage weiter Mal schnell eingeworfen Viele Fragen sind jetzt sicher, schwarz, normal sind die ja orange Genau, gibt es da verschiedene Farbgebungen oder Da gibt es mittlerweile sehr viele Variationen an Ocellaris Weil ja viele Zuchtformen mittlerweile existieren, viel kommt auch aus Amerika Weil die ja da auch sehr viel ausprobieren Also wir haben jetzt hier rüben noch Ocellaris Snowflake Und dann ganz hinten nochmal einen Perkula Helmet Picasso Der kommt jetzt also direkt aus den Staaten Okay War auch nicht krank Bei denen zwei versuche ich jetzt eine neue Mischung raus zu kriegen Wenn die, also die zwei haben sie schon gefunden Mhm Das war ja positiv Und jetzt hat die bloß noch ab, bis sie dann zu weit sind Ab und zu machen sie mal so anscheinend Genau, wollte ich gerade sagen, wie sieht man, dass die sich verpaaren wollen Also die zwei sind dann mittlerweile zusammen Wenn sie nicht zusammenpassen, dann der Dominantere vertreibt dann den anderen aus der Anemone Okay Die darf dann gar nicht rein Okay Das heißt jetzt auch wieder, wenn ich das jetzt so als Laie sagen darf Die brauchen die Anemone, damit sie sich überhaupt verpaaren Oder schaffen sie das ohne auch Und die machen das in der Euphilie genauso Okay, okay Sehr interessant Wie gesagt, ich zeige euch das Ganze in meinem Detail und wir quatschen nach nochmal Okay Und Ich zeige euch das an malen Ich zeige euch das an Ich zeige euch das an An Orang Ich weiss das an Ich weiss das an Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020